Wenn die beiden Clubs aufeinandertreffen, dann wird es auch immer intensiv und hochklassig. Spiel Nummer 2 also in diesem Vorbereitungsturnier. Die Frage ist ja immer, wie geht man so ein Turnier an? Nimmt man das wirklich ernst? Geht ja immerhin um einen Titel. Die Chance! Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Dieses Tor müssen wir uns nochmal anschauen. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Klasse Tor hier von Ihnen, da hat das Timing einfach gepasst. Und zwar sowohl beim Abschuss als, wohl fast noch wichtiger bei der Hereingabe. Bis zum nächsten Mal.